Walter Orlando Ayovico Rozzo ist ein äquadorianischer Fußballspieler, der vorwiegend im Mittelfeld agiert. Leben Ayovic begann seine Profikarriere 1999 beim Rocafuert FC. Im Jahr 2000 wechselte er zum CSM-Lag, mit dem er in den Spielzeiten 2001 und 2002 jeweils die äquadorianische Fußballmeisterschaft gewann. Anschließend wechselte er zum Stadtrivalen Barcelona SC und von dort zum CDL-National, mit dem er 2006 einen weiteren Meistertitel gewann. 2009 unterschrieb er beim mexikanischen CF Monterrey, mit dem er zweimal die mexikanische Fußballmeisterschaft und dreimal hintereinander die CONCACAF Champions League gewann. Seit 2013 steht Ayovic beim CF Pajuca unter Vertrag. In seiner seit 2001 währenden Nationalmannschaftskarriere kam er unter anderem bei der Weltmeisterschaft 2002 im ersten Gruppenspiel gegen Italien zum Einsatz, als er in der 59. Minute für seinen Mannschaftskameraden Edwin Tenorio eingewechselt wurde. Im Alter von fast 35 Jahren wurde er für die Weltmeisterschaft 2014 noch einmal in das Aufgebot Äquadors berufen. Erfolge Äquadorianischer Meister 2001, 2002 und 2006 Mexikanischer Meister Apechere 2009 und Apechere 2010 CONCACAF Champions League Sieger 2011, 2012 und 2013 min Stefan 2012, 2014 und 2013 Who want